Grüezi, haben Sie noch WC-Papier? Geht auch Katzenstreu oder Schliffpapier? Ihr riskiert eure Gesundheit, bekommt ihr dafür mehr Lohn? Ist das ein Scherzfrau? Seit dieser Pandemie kaufen wir nur noch Lebensmittel aus der Schweiz. Haben Sie Ananas aus der Region? Ja, wir haben auch Ananas-Plantagen auf dem Geschäft. Exquisite Social Distancing. Könnt ihr sicher auf Abstand gehen? Ja, noch ein bisschen mehr. Einfach so lange, bis ich sie nicht mehr sehe. Sie, ich brauche 53 Gurken. Und ich habe gemeint, das Mathebuch ist der einzige Ort, wo es normal ist, 350 Gurken zu kaufen. Chef, darf ich heute früher nach Hause? Nein, eher später. Darf ich vier Monate später kommen? Nein, eher früher. Hey, die zwei streiten sich wegen Mehl. Zum Glück ist Dummheit nicht ansteckend. Echt cool, dass ihr euch für die Gesellschaft einsetzt. Als hätten wir in diesem Job eine Wahl. Ist das Brot von heute? Die Brot kostet ja nichts. Doch Marlies, langsam kostet es meine Nerven. Sie haben ja nicht mehr in den Regal. Ich komme nie mehr wieder bei Ihnen einkaufen. Oh nein, wie soll ich den Verlust jemals verarbeiten? Sie müssen die Mandelade aufschliessen. Zum Glück habe ich mein Pyjama mitgenommen. Ich schlafe heute doof. Ich schlafe heute. Ich schlafe heute.